Bei mir ist es immer so, ich kann also wirklich von der Schrift, vom Cover bis hin zu jedem Merchandiseartikel, den wir haben. Ich kann einfach nicht, ich hasse das, wenn das nicht über meinen Schreibtisch läuft. Also wenn eine E-Mail... Ja, bei mir genauso. Denkst du, ich würde von jemand anders einen Schuh nehmen oder einen Ohrring oder einen Gürtel? Dann gibt es keinen Gürtel. Dann laufen die nackt. Ja, dann würde ich, wenn das nicht direkt von mir ist, von mir gefühlt, von mir geboren, wiedergekeult, dann würde ich es nicht machen. Aber ich ziehe auch kein Mädchen an. Ich ziehe, ich fasse die Sachen nicht mehr an. Du wirst mich nicht sehen, dass ich ein Kleid zum Model trage. Ja, aber das ist wahrscheinlich echt eine gute Lösung. Ich finde keine Schleife nicht, dann bleibe ich dann theoretisch, bleibe da zurück. Sonst würde ich, glaube ich, verrückt sein. Ja, das muss ich mir auch irgendwie ein... Nee, du musst dann irgendwann sagen, Cut, jetzt sind die anderen dran. Ich kann das immer nicht ab. Und dann mache ich es mal wieder und dann denke ich so, komm, das ist so eine unwichtige Kleinigkeit, die lasse ich mal wen anders regeln. Ja, das geht doch nicht hoch. Und dann läuft das schief und ich bin so, ich denke mir so, das ist scheiße. Aber das ist nur du. Das ist nur du. Ja, ich weiß.